Felna live, worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Felna, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Felna live. Ja, willkommen zurück bei Felna live. Bei mir zu Gast ist jetzt ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian. Grüß Gott, Herr Katzian. Schönen guten Tag. Vielen Dank fürs Kommen. Herr Katzian, Sie haben heute präsentiert den Lehrlingsmonitor, wo sozusagen, glaube ich, 5000 oder sogar ein bisschen mehr Lehrlinge befragt wurden, wie sie denn generell, wie es ihnen so geht und was auch wo der Schuh drückt. Und rausgekommen, kurz zusammengefasst ist, dass die Situation der Lehrlinge in Österreich weitaus schlechter ist, als man eigentlich denken würde, oder? Naja, je nachdem, von welchem Blickwinkel man es aus betrachtet. Der Lehrlingsmonitor wird alle zwei Jahre gemacht. Das macht die Gewerkschaftsjugend gemeinsam mit der Arbeiterkammer und ein Institut erhebt bei über 6000 Lehrlingen, wie die jeweilige Situation ist und hinterfragt wird die Qualität der Lehrlingsausbildung und verschiedene Komponenten rundherum. Und da hat sich im Vergleich mit dem Jahr 2017 in den Ergebnissen her dargestellt, dass die Veränderungen de facto nur sehr minimal waren. Also OSDs, was wir schon 2017 kritisiert haben, ist nicht besser geworden. Man muss aber dazu sagen, dass in ungefähr zwei Drittel der Betriebe die Lehrlinge mit der Ausbildung sehr zufrieden sind, dass es auch eine sehr positive Einschätzung darüber gibt, dass sie etwas lernen, mit dem sie dann was anfangen. Aber eben auch in einem Drittel zu sehr, sehr unterschiedlichen Fragen unterschiedliche Probleme stattfinden. Das beginnt bei ausbildungs- und berufsfremden Arbeiten, zu denen Lehrlinge herangezogen werden, setzt sich fort, beispielsweise über das Thema Überstunden, weil ja Jugendliche unter 18 da keine Überstunden machen dürfen. Über 18 müssen sie nach dem Kollektivvertrag bezahlt werden und da gibt es schon viele tausende Lehrlinge, die die Überstunden gar nicht zahlt kriegen. Und so gibt es halt eine ganze Reihe von Punkten, die nicht passen. Und am anderen Ende haben wir die Schwierigkeiten festgestellt, wenn es darum geht, sich gut auf die Lehrabschlussprüfung vorzubereiten. Da wird sehr oft zu wenig Zeit oder gar keine Zeit gegeben. Die Leute wissen oft gar nicht, wo muss man mit dem anmelden, was sind die nächsten Schritte und 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 und. Und was immer noch ein großes Problem ist, ist für jene Lehrlinge, die sagen, ich möchte gern mehr aus meinem Leben machen, ich möchte Lehre mit Matura, dass die, die müssen die Lehrzeit machen und arbeiten, die machen die Berufsschule und lernen für die Berufsschule, dann bereiten sie sich auf die Lehrabschlussprüfung vor und parallel dazu sollen sie verlehren mit Matura. Das ist irrsinnig viel und in einem Alter, wo ich die Welt entdecke und meinen Platz in der Welt suche, ist das eine irrsinnige Belastung. Und wenn man haben will, dass in der Lehrlingsausbildung, in der Qualität sich was ändert, dass die Durchlässigkeit auch in andere Bildungsstufen steigt, dann muss man da was tun. Ein zweites Thema, das sich, glaube ich, sehr aufregt, ist, gestern gab es eine Großrazzia bei Amazon in Niederösterreich, in Groß-Ebersdorf, um genau zu sein, und zwar wegen des Verdachts auf Schwarzarbeit, den es dort geben soll. Das prangern Sie ja schon sehr lange an, muss man sagen, dass Amazon und andere Großkonzerne der Lohndumping betreiben. Das stimmt und ich bin auch sehr froh, dass gestern diese Razzia stattgefunden hat, weil es einmal mehr ein Beleg und ein Beweis dafür ist, wie das System Amazon funktioniert. Amazon ist mittlerweile die weltgrößte Handelsplattform, hat dadurch eine irrsinnige Marktmacht und schreibt auch den Unternehmen, die für Amazon-Dienste erbringen, vor, wie sie das zu erbringen haben und auch zu welchem Preis. Und gestern hat sich Amazon dann hingestellt hier in Österreich und hat gesagt, naja, das ist ja ein Wahnsinn und wir sind natürlich bereit, mit den Behörden zu kooperieren. Es betrifft uns alles nicht, es sind nur diese Subfirmen, die da draußen sind. In den Subfirmen wurden aber die Vorgaben gemacht von Amazon, die haben ja das nicht erfunden. Und in der Tat wurden sehr, sehr viele Übertretungen festgestellt. Und was wir fordern, und das mit Nachdruck, und ich werde in einem Gespräch mit der Frau Bundesministerin Aschbacher auch das zum Thema machen, ist, dass es eine echte Auftraggeberhaftung gibt, wo der Auftraggeber auch dafür haften muss, wie seine Subfirmen mit dem Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer umgehen. Weil das ist wieder einmal typisch, dass man sagt, ja, wir sind eigentlich die Gurten, was können wir dafür, wenn die das machen. Das geht meiner Meinung nach gar nicht und das muss unbedingt abgestellt werden. Ein zweites, was uns bei Amazon schon länger stört, ist, dass sich die meisten Menschen über Leiharbeitsverhältnisse beschäftigen. Und an dem ist an und für sich nichts auszusetzen, außer, dass natürlich jeder Mensch, der in einem Leiharbeitsverhältnis ist, irgendwann gerne einmal eine Vollanstellung möchte, weil er auch wieder ein fixes Leben planen möchte und ein gutes Leben planen möchte. Und da gibt es keine Bewegung nach vorne, da wird nach wie vor sehr viel mit Leiharbeit gemacht. Und da wollen wir auch erreichen, dass Amazon mehr Leute anstellt und weniger über Leiharbeit macht. Auch das möchte ich zum Thema machen. Der Paragraf 15 des Arbeitskräfteüberlassungsgesetzes lässt zu oder bietet die Möglichkeit, dass Leiharbeit in bestimmten Bereichen begrenzt werden kann. Und auch da möchten wir eine Initiative starten und hoffen sehr, dass die Bundesregierung da mit uns einen Schritt macht. Aber soll das Ihrer Meinung nach auch stärker sanktioniert werden, das, was da Amazon teilweise am Rande der Legalität betreibt bei uns? Das muss man sanktionieren. Und ich glaube, wenn per Gesetz die Auftraggeberhaftung kommt, dann muss jedes Gesetz, auch dieses, sanktioniert werden. Und da muss dann ordentlich, aber das muss man gespüren, wenn das Pinats sind, die aus der Border-Kaste bezahlt werden, kann ich jetzt nicht sagen von der Höhe her, aber schon so, dass es sehr, sehr deutlich und spürbar ist. Und dass es keinen Anreiz gibt, das zu machen. Jetzt kommt ja auch noch dazu, dass Amazon ja auch keine Steuern zahlt bei uns. Das fällt ja noch zusätzlich ins Gewicht. Dafür hat der Herr Bezos jetzt gesagt, nachdem das immer kritisiert wurde, und weil er sich da jetzt ein teures Haus gekauft hat und das irgendwie auch diskutiert worden ist, hat er jetzt gesagt, er findet das eh super. Er spendet jetzt 10 Milliarden Dollar, wenn ich das richtig im Kopf habe, für den Klimaschutz. Und da sage ich, ja, super, und wenn jemand spenden möchte, soll er das tun. Aber es geht darum, er soll ja mal die Leute anständig behandeln, die bei Amazon beschäftigt ist, soll Steuern zahlen. Und dann kann man auch festhalten, was mit den Steuern passiert, und dass es einen Anspruch gibt auf bestimmte Dinge, ob das eine Investition ins Klima ist oder in den Arbeitnehmerschutz, ist egal. Was mich auch so magert, ist, da glaubt man dann nicht an Spende irgendwas und damit ist die Geschichte erledigt. Ich will keine Almosengesellschaft. Ich will einen Rechtsanspruch auf bestimmte Dinge. Wir tun es eh nicht übertreiben. Aber die Basics für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die müssen passen, und da muss man einen Rechtsanspruch geben. Sind Sie da eigentlich mit Amazon direkt im Gespräch als Gewerkschaftspunkt? Bzw. gibt es da überhaupt einen Ansprechpartner? In Österreich sitzt da ja kaum jemand von Amazon. Bis vor kurzem hat es gar keinen gegeben, weil da hat es praktisch nur ein Postfach gegeben, und das ist von Deutschland aus gemanagt worden. Jetzt haben wir ein erstes Auslieferungslager in Niederösterreich, ein zweites in Wien. Also wir sind jetzt am Schauen, ob wir ins Gespräch kommen können. Aber wir wissen natürlich von den Gewerkschaftskollegen, etwa in Deutschland, wo es seit Jahren eine intensive Auseinandersetzung gibt, wegen der Bezahlung nach dem Kollektivvertrag. Und wir haben vor kurzem den Präsidenten der United Food and Commercial Workers aus den USA hier gehabt, der uns mit seinen Erlebnissen mit Amazon in New York erzählt hat. Und da gibt es einfach keine gute Gesprächsbasis. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man das von Österreich aus bei so einem Weltkonzern reparieren kann. Umso wichtiger wird es sein, dass man hier auch Schranken aufbaut und sagt, bis hierher und keinen Schritt weiter. Ich will dem Unternehmen ja nicht schaden. Ich will, dass es ordentliche Beschäftigungsverhältnisse gibt. Ich will, dass die Steuern zahlen. Und ich glaube, das ist nichts Bösartiges, weil das müssen alle anderen auch. Aber da können Sie sich auch arbeitsrechtliche Maßnahmen vorstellen. Weil in Deutschland hat ja zum Beispiel, glaube ich, kurz vor Weihnachten gab es ja sogar eine kurzzeitige Streiktrohung. Ich weiß nicht, ich glaube, zum Streik ist es da nicht gekommen, aber es gab zumindest eine Drohung. Ich kann mir alles vorstellen. Der Punkt ist, wir haben in Deutschland schon mehrere Streiks gehabt. Das hat Verdi durchgeführt bei Emerson, weil die dort gar keine Tarifbindung haben und sich entschlagen jeden Kollektivvertrag. Das geht in Österreich nicht. Wir haben im Gegensatz zu Deutschland eine Kollektivvertragsabdeckung von 98%. Und wir haben in Österreich die Situation, dass Emerson hier jedenfalls einen Kollektivvertrag anwenden muss. Wenn es die Leute anstellen, gibt es einen Kollektivvertrag. Und wenn sie auf Leiharbeiter zurückgreifen, gibt es den Leiharbeiter-Kollektivvertrag. Das heißt, wir haben die kollektivvertragliche Abdeckung. Was wir nicht haben, ist die Auftraggeberhaftung. Das heißt, all jene, denen man sagt, mach die doch selbstständig und du kannst für uns zustellen oder sonst irgendwas, das sind in hohem Maß Scheinarbeitsverhältnisse, Scheinselbstständigkeitsverhältnisse. Und da müssen wir versuchen, einen Riegel vorzustimmen. Und wenn die, die scheinselbstständig sind, dann noch hergehen und andere beschäftigen geringfügig und für die keine Abgaben zahlen, die nicht aufgemützt sind und keine Steuern zahlen, das ist gestern fliegert geworden. Und das ist eine gute Sache und daher muss man da was machen. Aber auch Kampfmaßnahmen könnten Sie sich da durchaus vorstellen? Kampfmaßnahmen sind immer vorstellbar. Sie sind immer der letzte Schritt, wenn alle anderen Maßnahmen nicht gegriffen haben, aber sie sind ein legitimes Mittel für Gewerkschaften, bestimmten Forderungen und Zielsetzungen Nachdruck zu vermeiden. Kampfmaßnahmen ist vielleicht auch ein gutes Stichwort. Sozialwirtschaft, da ist wieder eine Verhandlungsrunde gescheitert. Jetzt gibt es nächste Woche, glaube ich, sogar zwei Streiktage, die angesetzt sind. Sehen Sie da in naher Zukunft die Möglichkeit, dass man sich da einigen kann oder ist die Situation da total verworren? Ich glaube schon, dass es die Chance gibt, sich zu einigen. Man muss, glaube ich, in einem großen Zusammenhang sehen. Aber die Menschen, die betroffen sind, das sind die Beschäftigten in der Sozialwirtschaft. Die sind wirklich satt, weil die sind in einer extrem belastenden Situation. Der Beruf in der Pflege und in der Sozialwirtschaft ist physisch belastend, er ist psychisch belastend. Und das, was hier jetzt auch stattfindet, ist ein Hilfeschrei von den Beschäftigten dort. Und wenn wir allgemein wissen, wir brauchen viel, viel mehr Leute in der Pflege in den nächsten Jahrzehnten, muss man eigentlich sagen, dann muss ich auch überlegen, wie kann ich den Beruf attraktiv machen. Und jetzt weiß ich schon, mit einer Arbeitszeitverkürzung alleine wird der Beruf nicht automatisch attraktiver. Aber es wäre ein gutes Signal, dass es eine hohe Bereitschaft von allen Seiten gibt, die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Und das ist die Voraussetzung dafür, dass Junge leider sagen, okay, ich kann mir vorstellen, schon in der Pflege zu arbeiten. Und das Spannende in dem Zusammenhang ist, wie ein Kind war, haben wir ein Spiel gespielt, das hat geheißen Schneider-Schneider-Leichmann-Tscher. Da ist man immer so im Kreis geschickt worden. Und jetzt läuft das so, wir sagen den Arbeitgebern, wir hätten gern dieses und jenes. Und die sagen uns, wir würden euch das eh gern geben, aber wir kriegen natürlich von denen, die die Leistung zukaufen, das sind Gebietskörperschaften, das sind Länder, Gemeinden und so weiter, von denen kriegen wir nicht mehr Geld. Und anstatt, dass die hergehen und sagen, also bitte, die Leistung kostet so und so viel, wenn ihr die zukaufen wollt, müsst ihr das auch zahlen, wird uns gesagt, mehr kriegen wir nicht, daher können wir euch nicht mehr geben. Und das ist ein ständiges im Kreis schicken. Irgendwann haben die Leute satt und dieser Punkt ist im Moment erreicht. Ich verstehe das sehr, sehr gut. Wir bemühen uns, Beiträge zu leisten in Richtung einer Lösung, aber es ist sehr, sehr schwer und es werden nächste Woche die Maßnahmen ausgewertet. Das heißt, wenn Sie sagen, die Maßnahmen werden ausgeweitet, was genau ist da zu erwarten? Dass in mehr Betrieben, als es vorher der Fall war, Aktivitäten stattfinden werden, dass die Aktivitäten ein bisschen anders aussehen werden, aber das ist das Wesen, dass man da natürlich nicht im Detail sagt, was genau stattfindet. Jetzt geht es ja konkret um diese 35-Stunden-Woche bei der Sozialwirtschaft. Ist das Ihrer Meinung nach auch ein Modell, das auch in anderen Branchen interessant wäre, dass man da eben reduziert auf eine 35-Stunden-Woche? In der Sozialwirtschaft argumentieren wir es vor allem damit, dass wir sagen, es ist eine sehr, sehr belastende Tätigkeit und wir müssen schauen, dass wir von der Zeit runterkommen, weil über einen langen Zeitraum diese belastende Tätigkeit schwer zu verkraften ist. Insgesamt muss man natürlich sagen, dass das Arbeitszeitthema eines ist, das uns nicht erst seit dem vorletzten Jahr mit dem 12-Stunden-Tag unter 60-Stunden-Woche beschäftigt, sondern praktisch ein gewerkschaftlicher Dauerbrenner seit der Gründung von Gewerkschaften ist. Damals war es der Kampf um den 8-Stunden-Tag. Und wir sind gekommen von Arbeitszeiten von weit über 70 Stunden, kontinuierlich im Laufe der Geschichte bis zur 40-Stunden-Woche. Zwischenzeitlich haben wir in vielen Kollektivverträgen 38 oder 38,5 Stunden. Aber auf der gesetzlichen Ebene ist jetzt schon sehr, sehr lange nichts passiert. Gleichzeitig haben wir aber Produktivitätsfortschritte wie noch nie. Wir haben die Digitalisierung in einem Ausmaß, die es nicht nur möglich, sondern auch sehr leicht möglich machen würde, dass man die gleiche Arbeit in weniger Zeit machen kann. Und ja, es ist eine wichtige Zielsetzung für alle Bereiche. Ob das jetzt in jedem einzelnen Bereich die Verkürzung der Wochenarbeitszeit ist oder ob es andere Maßnahmen gibt, wie zum Beispiel mehr Urlaub oder Viertagewoche oder gibt es unterschiedliche Ansätze und Diskussionen. Aber die Verkürzung der Arbeitszeit muss in der digitalen Gesellschaft ein Thema sein. Und ich verstehe Sie richtig, Sie würden sich da auch gesetzliche Regelungen wünschen? Ich wünsche mir, dass auch die gesetzlichen Arbeitszeiten hier nach unten gesetzt werden und da wird es auch einen entsprechenden Anlauf wieder geben. Ganz zum Schluss würde ich noch gern zur SPÖ kommen. Die Frage muss ich Ihnen stellen, auch weil es vielleicht nicht Ihre Lieblingsfrage ist. Da hat die Pamela Rendi-Wagner vergangene Woche bekannt gegeben, dass sie sich einem Vertrauensvotum stellt. Ist das Ihrer Meinung nach ein guter Ideal, das gerade jetzt zu machen, ein halbes Jahr vor der Wien-Wahl? Ich konnte an der Sitzung vorige Woche nicht teilnehmen, weil ich langfristig anderweitig verpflichtet war. Was ich verstanden habe und auch gehört habe, war es der Wunsch der Parteivorsitzenden, das zu tun. Ich glaube, so ein Wunsch ist zu respektieren und das ist genau das, was ich dazu sagen möchte. Wie sehen Sie denn eigentlich die neue Regierung, türkis-grün? Sie waren ja kein großer Fan der letzten Regierung, Sie haben es eh schon vorher angesprochen, unter anderem auch aufgrund der Arbeitszeitflexibilisierung. Sehen Sie die neue Regierung ein bisschen positiver? Wir haben das Regierungsprogramm analysiert. Da gibt es nach langer Zeit wieder die Sozialpartner, die definitiv an mehreren Stellen vorkommen. Wir hätten das so verstanden, dass wir eingeladen werden, auch zu Gesprächen zu bestimmten Themen. Ich bin jetzt gerade auf der Runde, mich bei allen Ministern und Ministerinnen vorzustellen, um auch auszuloten, in welcher Art und Weise diese Einbindung stattfinden kann. Und wenn das kommt und wenn Einbindung mehr ist als ein paar nette Gespräche, dann freuen wir uns. Herr Präsident, vielen Dank für den Besuch im Studio. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, dann sind wir gleich zurück. Und dann sind Josef Czapp und Peter Westenthaler bei uns, unsere beiden Insider. Mit denen sprechen wir unter anderem auch über die SPÖ, aber natürlich auch über türkis-grün und die restlichen politischen Themen dieser Woche. Sehr, sehr spannend. Unbedingt dranbleiben. Gleich bei uns Josef Czapp und Peter Westenthaler.